Achtung, die Geißblatt-Ecke, ganz verwunschen. Ja, so sind sie geschlossen. Und sie öffnen sich alle. Jetzt kommt der Wind. Und hier, wo der Zaun so schön gekippt ist, da blühen sie alle. Und sie schlängeln sich aneinander hier hoch. Und der Mond ist schon da. Kann man das sehen? Ähm, monatelang geht das jetzt noch so. Oh, so. Ähm, ja. Monatelang. Die machen weiter. Schön, nicht? Mal ganz klein. Und dann so. Und dann so. Und jetzt blühen auf. Es ist schön hier. Ja. Tschüss. Oh.